Hallo Freunde, herzlich willkommen zum Unboxing-Video und zwar vom AA-Retouren. Erstens habe ich hier diese hochwertige Creme von meinem Fuß bekommen. Und dann hier diesen geilen Infrarot-Thermometer nagelneu. Richtig gefreut habe ich mich über das Gehlicht. Und das ist nämlich richtig cool mit Bluetooth-Lautsprecher. Dann habe ich diesen coolen digitalen Löffel bekommen. Und da kann man mit den Gewürzen und so weiter abwiegen. Einen Druckluftschlauch für den Hochdruckreiniger. Naturdeco aus Plastik. Eine hochwertige Leder-Handyhülle. Eine Stirnlampe mit USB-C-Aufladung. Und richtig geil, eine nagelneue Powerbank. Das Gurt-Schloss, das ist natürlich auch mega cool. Hier habe ich ein richtig cooles, großes Deck von Magic-Karten bekommen. Und hier so ein richtig cooles Holzpuzzle mit Baby-Joda. Ein Nackenkühlgerät. Das wird mir jetzt, wenn es heiß wird, das Leben retten. Dann zwei hochwertige Adapterkabel. Und hier nochmal eins. Dann ein Batterienaufladegerät. Und hier nochmal ein kleineres Batterienaufladegerät. Das ist nur offen, weil ich es aufgemacht habe. Ein hochwertiges Poloshirt, um Warnweste drüber zu ziehen. Dann habe ich hier diesen geilen digitalen Winkelmesser bekommen. Schon allein die Kartons von AA-Retouren sind mega cool. Und hier habe ich richtig tolle LED-Lichter bekommen, die ich gut an meinen Schrank oben machen kann. Ganz viele coole Secret-Packs bekommen. Hier noch ein ganzes Paket Spiegelfolie. Hier noch eine Matte fürs Bad. Hochwertige LED-Lampen. Und ja, ich sammle ja Waschbeckenstöpsel. Und hier habe ich mal so ein richtig edles Teil bekommen. Richtig mega geil. Dann einen Taschenrechner. Dann hier einen mega praktischen USB-Switch. In den Packs waren richtig geile Sachen drin. Hier eine SD-Karte zum Beispiel. Hier so ein Angelmesser. Dann diverse Sachen in Schmuck. So ein Kartenhalter. Einen Transponder. Diverse Ringe. Diese Stecker. Diese Tatütata-Lampen hier. Die sind cool. Auch mit USB. Und dann habe ich zwei Stück von diesen richtig geilen Taschenlampen hier. Die sind richtig praktisch. Gerade von Manellos Blaze-Plündertouren. Hier dann noch so ein Armreif. Der hat innen drin lauter chinesische Zeichen. Mega coole Sachen waren in den Packs. Diese süße kleine Schlossi hier bekommen. Und da habe ich mich richtig fett gefreut. Das sind lauter Lockpicking-Sets. Also lauter Picks. Auch ganz andere. Die ich selber noch gar nicht hatte. Dann hier nochmal ein ganzer neuer Satz. Und hier zwei richtig coole Übungsschlösser. Das ist für mich natürlich das beste Spielzeug. Ich liebe sowas. Die sind auch richtig schön. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Ganz viele von diesen coolen Schlüsselanhängern hier bekommen. Das sind alle Schlüsselanhänger. Richtig coole Bälle. Ich habe hier noch einen richtig liebevollen Brief erhalten. Den ich auch schon im Live vorgelesen habe. Deswegen lese ich ihn auch im Video vor. Von A.A.Retouren. Lieber Ronny. Eines Tages werde ich dich persönlich besuchen kommen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Für die gesunde Ernährung, da ich ja Gicht habe und die Ernährung umstellen muss, lege ich dir etwas bei. Das werde ich natürlich nicht zeigen. Das war nämlich richtig krass. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Bleib wie du bist. Ein toller Typ mit Charakter. Liebe Grüße. A.A.Retouren. Was du natürlich auch bist. Ein super Typ mit Charakter. Kann dich richtig gut leiten und bin auch immer gerne in deinem Stream. Das Dankeschön geht auch an Steve für diesen Anzug von Haus des Geldes. Ganz herzliches Dankeschön geht raus an A.A.Retouren für dieses mega geile herzliche Paket. Und an all die anderen, die das Video jetzt sehen, hier oben im Video verlinkt. Schaut doch alle mal beim A.A.Retouren im Profil vorbei. Und schaut doch gerne mal die Livestreams euch an. Hat echt immer super Angebote, super Packs und immer interessante Neuigkeiten. Also da lässt sich echt jedes Mal was Neues einfallen. Und für Teammitglieder auch richtig geile Gewinnspiele und Verlosungen. Also schaut alle mal rein bei A.A.Retouren und würde mich freuen, wenn ihr meinen Follower da lasst.